Yo, was geht Leute? Ghosty hier. Und für mein 1K Special wollte ich eine Sync-Challenge machen. Übrigens 1K, mega krass Leute. Fettes Dankeschön. Auf jeden Fall 1K Special Sync-Challenge. Also um mitzumachen ist es eigentlich ganz einfach. Ihr downloadet einfach den Song in der Beschreibung und macht damit einfach ein zickes Minecraft-Edit. Tragt euer Edit einfach in das Google-Formular in der Beschreibung ein und schreibt in euren Titel Hashtag GST1K. Die 10 besten werde ich dann in meinem Auflösungsvideo zeigen halt. Und der erste Platz bekommt 40 Euro, der zweite 15 Euro und der dritte 5 Euro. Put hashtag GST1K in euren Titel. Die 10 best edits I will show in my Results Video. Und The first place will get 40 Euro, the second place will get 15 Euro and the third place will get 5 Euro. Und The first place will get 15 Euro. And I fall in love with life like you. I've been gazing down at the mountains. Bis zum nächsten Mal.